Was geht ab, Leute? Hier ist Oli Banyo, Tour-Blog. Ich bin hier live von direkt in Hannover beim Olaf. Checkt ihn aus. Er bereitet gerade was vor. Ich habe einen geilen Entwurf. Kannst du mir den gerade mal geben? So soll das aussehen. Ich grüße an Miguel. Das soll ungefähr, was heißt ungefähr, sondern relativ genau hier hin. Das ist Jesus, falls ihr ihn nicht erkannt habt, nicht zu wechseln mit Charles Manson. Jesus Christus. The way, the truth, the life. Wisst ihr Bescheid? Vorher, gleich nachher. Peace. Wo ist es am schlimmsten? Rippen? Ja. Ich rasier dich. Wie ein Pfirsich. Ein Homo. Entschuldige, Tente, brauchst du einen Tent, du wählst dich. Ja, aber nicht so direkt. Es geht los. Alles für Jesus. Gebt euch. Also die ersten paar Stunden bis zum Unangenehme. Ja, die erste Zeit ist ein bisschen blöd. Ich sag dir, wenn sich dein Kreislauf melden sollte, wenn ein bisschen schlummrig wird oder komisch oder so. Sag ich wahrscheinlich. Sagst du mir mit dem Scheiß. Brauchst du nicht Unangenehme sein? Das ist eine ganz normale Körperreaktion. Also nicht denken, du musst irgendwie, keine Ahnung, besonders aufhalten oder so. Wenn dir komisch wird, dann sagst du mir das. Alright. Icecraper hier. So weiß ich so hochhäuser. Coco. What? Also wenn es so bleibt, it's nothing, Alter. Ich bin eins mit mir selbst. Ist das noch viel? Nur so zehn. Ja, das ist schwer. Aber geht schnell voran, ja? Du musst mir Mut machen, nicht die ganze Zeit. Ja, das geht auf jeden Fall fixen, ne? Du musst halt echt zählen, was denn schweißig ist, was du jetzt drin bist. Auf jeden Fall. Ich kann noch nicht. Ach. Du Ficker. Du Ficker. Du Blödsache. Ich bin drumherum. Ich weiß, wie du es weißt? Ich weiß, wie du es weißt. Vielen Dank.